Salihalöchen und herzlich willkommen hier bei TTT. Mit dabei der Depp aka Kapuzenwurm, der Maru, der Nils, der Unheil, den Witz hab ich ja noch nie gehört. Hallo. Hallo. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Kapuzen, hier ist ein Weihnachtsbaum, da wäre ein Teddybären angebunden. Was sagst du? Hier ist ein Teddybären, äh, ein Weihnachtsbaum, da wäre ein Teddybären angebunden. Ey, warte mal, die Karte habe ich gerade 10 Minuten vor Aufnahmebeginn gesehen. Warum? Weil der macht immer so'n, er macht immer so'n Schießtest am Anfang und er hat nicht geschaffen. Wo ist der Weihnachtsbaum mit dem Teddybären? Und du hast doch nicht die Einleitung, Juli, das muss mich vergessen. Wo ist der Weihnachtsbären mit dem Teddybären? Wo ist der Weihnachtsbären mit dem Teddybären? Wo ist der Weihnachtsbären mit dem Teddybären? Wo ist der Weihnachtsbären? Wo ist der Weihnachtsbären? Rief geschrieben. Jetzt ein Geschenk. Lass dich alle Kinder lieben. Und was war jetzt? Und wenn wir den Baum abbrennen. Wer will, komm wir knallen. Maru hat mich angeschossen. Maru ging jetzt auf die Fresse. Au, der Poltergeist hier. Was? Aua, der Poltergeist bringt mich weiter. Ah, sieh nicht. Ich seh nicht. Oh, da sollte man nicht weiter. Oh, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh shit. Okay. Also wer auch immer das mit dem Poltergeist gerade war. Er hat mich fast getötet. Wer ist der Poltergeist, Mensch? Ich nicht. Was machst du denn da? Der geilste Mensch. Poltergeist. Das Medium. Was war eigentlich Poltergeist? Dann wäre ich nicht damit einverstanden, dass du mich fast umgebracht hast. Dann wäre ich nicht damit einverstanden, dass du mich fast umgebracht hast. Hier sind doch alle reingelaufen. Wie? Das Ding hat mich gejagt. Bist du voll? Ich bin voll, ja. Wunderschön. Ja. Das ist ein Waffenparadies, die Map. Der Poltergeist ist jetzt in der Küche. Wir könnten jetzt alles leerließen, Leute. Was? Ich weiß nicht mal, wo die Küche ist. Nils hinter dir ist gerade... Holy... Oh shit, Nils! Lebst du noch? Da kam einfach hinter euch das Geschenk rein, ey. Ich durchs Haus. Also das... Er spuckt. Was machst du da? Willst du eine Granate haben? Ja. Mach dir aber Achtung. Es brennt im Hause. Sekunde rein, kommt Katze zu nahe. Achtung, es brennt. Du hast doch keinen Schaden bekommen. Ich hab Schaden bekommen. Ich hab Schaden bekommen. Ekelhaft. Dann kann ich ja nicht kommen. Das ist ein Waffenparadies. Du gehst hier in die Ecke und plötzlich... Oh Gott, da kommt ein Granate. Oh Gott, da kommt ein Granate. Ui. Das hat auch ein Untergrund. Aua! Aua! Was kommt hier mit? Wer hat's auch nicht abgekriegt? Wart ihr schon im Untergrund? Nils Wars ist einmal tot. Er war's nicht. Will ich stehen bleiben? Nils, ich bin ein Zeug. Nils Wars ist zweimal tot. Ich hab ein bisschen Dank für den Shotgun, aber... Oh mein Gott. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich fühl mich wieder lebendig. Wie Edmund fühlt sich die Juli? Ich bin schreit. 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 Da unten brennt ein Zombie. Und was hast du damit eigentlich zu tun, Juli? Hey McFly, was tut sie da? Ich glaube, der McFly ist es. McFly. Oh, jemand hat es gelöst. Hey, McFly. Hier brennt es weiter. Das ist nicht Cisco. Aufpassen. Wo ist Items Leiche? Ich möchte ihn mit dem McFly berechnen. Wir kommen nicht raus. Kommt zu mir? Wenn das ein heiliges wäre das so gut. Holy shit bist du geflogen, McFly. Ich habe mit dem Fuß zurückgetreten. Das wäre oh shit gewesen. Okay. Items wird jetzt sich das Opfer, seinen Mörder suchen. Das war der Einzige. Oh, 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 oh. Alle decken von Items. Alle decken von Items. Er wird jetzt losfliegen. Er sucht sich seinen Opfer, seinen Mörder. Ach so, schon wieder. Der gönnt sich heut. McFly nicht mit der Shotgun nicht mehr bestimmt. Oh, 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 oh. Ja. Ich wusste, dass hier irgendwer noch oben war. Oh, ey. Chuuuuy. Dar ich muss da rumdrehen. Der ist ja schlecht noch. Wer hat- Er ist das denn hier? Wer war das jetzt? Ne, Maro war ein gut. Also McFly war es nicht. Was denn? Marco hat es nicht umgebracht. Marco, was ist du? Also McFly war hier. Ich habe nur eigentlich den Poltergeist gemacht worden. Jetzt ist die Nachwarn gewechselt. Marco? Was ist da? Marco hat es nicht umgebracht. Sein ist aber nicht absichtlich. mit dem Poltergeist. Ja, schon absichtlich. Ich hab extra gesagt, ich schieße jetzt einen Poltergeist rein. Warum ist er im Hauptraum? Und er ist auf Judy losgeflogen. Dann geh ich im Untergrund, hab ich nicht sicher. Warum hast du eigentlich so wenig AP kaputt? Ja, weil ich auch durch 20 Granaten grenzt bin. Warum machst du das? Ja, weil die kündigen sich nicht an, wenn sie bevorzugt werden. Ich hab aber einen Bloody Night vorher... Was ist das? Hieß der Aufkunft vielleicht von Trader oder so? Nils, Nils, Nils benutzt gerne das Bloody Night. Ja, Nils benutzt es gerne. Wer hat hier einen Untergrund verfolgt? Das ist eine Leiche. Ich hab mal spät gemerkt, dass ich im Untergrund hinter dir war. Ich hör doch nix. Da liegt übrigens wieder eine Granate. Oh nein. Er wurde gerade gestochen, ne? Ja, Kapuze hat... Nein. Also Kapuze hat die Leichen gestochen. So, und danach ist er an der Brandgranate gestorben. Die übrigens wieder von dir kam, Maru. Nein. Nein? Der Brandgranate hat mich nicht ein einziges geschmissen in diesem ganzen Match. Dann war das McFly. Ja, das war meine Brandgranate. Aber... Ich dachte nicht, dass da jemand ist. Weil das war leer, weil es sich geworfen hat. Dalu? Tut mir leid, Kapuze. Ne, mir noch. Ok. Ich weiß halt nicht, wer von den beiden es ist. Kapuze, räche dich! Flieg! Flieg! Ach Mist, falsche Richtung. Ein bisschen Angst vor dem Ding. Ich glaub Kapuze steckt der Boden. Das funktioniert nicht. Das war eigentlich. Ah. Komm, ihr seid nur zu dritt. Ja, ich weiß aber nicht, wer von den beiden es ist. Maxi! Ja, ok. Der, der da jetzt überlebt hat. Einmal tot. Lebt wieder... Gibt's hier einen Spawn? Gibt's hier einen Spawn? Ja, gibt es. Und die sind echt ungünstig. Direkt in Dalu zu rücken und Dalu wegläuft und guckt. Aua! 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 Alle liegen hier in diesem Hauptraum. Der Name Nils hat er sich an seiner eigenen Leiche wiederbelebt. Und war ja nichts. Ich war halt direkt neben dem Traitor-Raum. Ich dachte, da komm ich vielleicht schnell rein. Timing war auch nicht schlecht. Ich hab einmal kurz weggeguckt. Also, weil ich dachte, okay, du Spawns nicht mehr neu. Du hast echt wirklich ganz... Klar, Blut, Maxi McFly, Orschloch! Ich hab dein Gloss wieder den Schlammhals. Du warst das. Ja, natürlich war ich krass. Die ganze Zeit waren Granaten durch die Gegend geworfen. Ja, und weißt du, jetzt eine Granate fressen wir? Du! Du! Eine Plasma aber auch nicht. Du kriegst jetzt richtig eine in die Fresse, ja? Komm, was machen wir mal wieder. Aha, ich bin ein Spartiard. Ach, kann man nur aufmachen und nicht zu machen? Spartiard? Wir fliegen, Konrad! Oh! Hallo! Hallo! Und Kapuze ist einfach runtergefallen. Madness! 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 Das ist Madness! Ich hab fast nicht getroffen. Ich hab mich gerade hier am Feuer verbrannt. Was machst du hier? Ja, kann sich keiner verbrannt haben. Hier ist Weil und Freien. Da kommt keiner verbrannt haben. Was? Und explodiert eine Feuergranate, ey! Ich komm gerade draußen rein. Ich seh nur die Dinger nicht gehen. Die ist voller Wind. Hey! Du können wir nach Waffen stürfen, oder? Ja. Wir sind angekokelt. Wir laufen zwei Nils rum, oder? Das ist eigentlich das da oben. Ach, das ist Konrad. Das bin ich. Ich geh in meinem Laden. Ich verkauf hier Waffen. Okay, der Dinger darf hier reinkommen. Okay, der Dinger darf hier reinkommen. Das suchst du jemanden zu treffen, oder spielst du einfach Fußball? Das wäre schon lustig. Brauchen sie eine Waffe? Da kommt man nicht hoch, Maxi. Diegelst du mitnehmen, bitte? Eine Diegelst du mitnehmen, bitteschön. Okay. Warum haben wir das schon probiert? Äh, hab ich noch eine? Gott, das war knapp. Da löst du wieder her. Ich spielst du mich so um. Oh Gott, nein, ich komm nicht weg. Ach so. Was zum... Oh, da ist ne Falle, da ist ne Bärenfalle. Ah! Wo ist ne Bärenfalle? Da. Oh, du hast es gesehen. Die war schön präsentiert auf dem Geländer. Ja, ja, die war... Aber es kann nicht wirklich passieren, dass man... Da, wo der eine Diegelstuss war, war die... Ich hab sie entschärft. Deinem Diegelstuss? Hast du die jetzt, ne? Und dieser... Wir spielen jetzt PUBG, ne? Was, was geht hier? Was, warum wurde hier mein Laden überrannt? Das finde ich nicht nett. Das ist ja nur ein Lager. Das hat nichts... Nein, das hier ist mein Verkaufsfenster. Immer wieder. Wir haben hier einen Dete, der, der beschützt uns. Oder schießt du ruhig? Ja, ich... Darfst du nicht. Ich hab ein bisschen Angst auch, okay. Ich... Komm mal auch raus. Was ist das? Hallo, ich bin ein Ninja. Ich bin ein Ninja. Ich bin ein Ninja-Sterne. Ich bin ein Ninja-Sterne. Ich bin Ninja-Sterne. Ich bin Ninja-Sterne. Ausch, Kapuze. Ausch, Kapuze. Du wolltest immer ein Ninja sein. Warum schießt du denn auf mich? Warum ist ja jemand tot? Ja. Moment, das ist doch Adams. Ah, ich... Ja, Adams ist es, Adams ist es! Lüge! Kapuze hat auf mich geschaut. Ah, das ist ein Körper. Ich hab ihn nicht rein. Ne, ne. Och Scheiße! Doch, ich hab Items, glaub ich. Ja, aber er war unsichtbar. Ich hab Items. Ja. Okay. Er hat Kapuze leider auch noch Feuer. Ich will das mal bestätigen eben. Oh. Da unten ist ne Falle, wo du nicht mehr rauskommst. Du bist ins Wasser reingefallen, oder was? Hast du die selber ausgelöst? Ne, ich wär einfach reingefallen. Nein, du bist nur unten reingefallen, okay. Womit hast du geschossen? Was war dieser brennende Schuss? War der Crossbow. Ah. Du kannst als Agent nichts anderes kaufen. Das war, ich hatte nur diesen Feuerpfeil, oder was auch immer das war. Ich war mir unsicht, was das war. War es die Flare Gun? Ich weiß nicht, was das für ein Projektil war. Das war auf jeden Fall nix normales. Du kannst als Agent nichts anderes kaufen. Jetzt hab ich dich durchschaut, ja? Naja, also ich bin die ganze Zeit neben dir rumgelaufen, ohne dass du mich bemerkt hast. Ja, du, klar. Ja, aber jetzt hab ich dich bemerkt, ja? Jetzt hab ich dich durchschaut. Jetzt hab ich dich durchschaut. Ich hab's gesehen. Ja, weil ich dich gerne hab, ja. Aber das hat sich jetzt eben gedacht. Das ist aber nicht gut. Das ist eben. Oh, hey! So was unhilfliches. Adams, ihr habt was für dich. Okay. Ich werde ein Schnee. Draußen kann man super shoppen. Kapuze hat was für mich, ich auch. Hier ein Messer, guck mal. Ne, du kannst halt draußen nur in den Tunnel rein, aber der suckt. Ja, der hat halt diese Ecke, wo der abrutschen kann. Das darf's denn sein, Juli. Einmal darfst du mich treten, sonst hab ich dich auch. Einmal leben lassen. Aber in slow motion jetzt. Boonsie! Wobei, der hatte den... Oh Gott, jetzt kommt der Todesengel. Ich spiel mit Messern, bis dann er weint. Ja, aber das ist ja nur ein Ghostknife, das ja kein echtes. Schauen wir uns trotzdem. Wer kickt hier oben? Weiß es nicht. Das ist gefährlich. Oh, jetzt hat der nichts gemacht. Gaaade. Ah, das... Da kam irgendwie ein Licht hinter mir. Mensch! Habe diese Garte. Ah, Kaben! Vorsicht Juli! Oh Gott! Vorsicht! Oh, Vorsicht! Oh, das ist nur noch eine Kanade! Sie sind immer immer angefangen. Alter, alles klar! Er hat mich jetzt... Da brennt der jetzt alles? Er hat mich doch auch geschoben. Alter, Discos sind gefährlich. Ja, Discos sind gefährlich. Werfen noch mehr Indies rein! Boah! Ah! Ich hab jetzt grad smoke grenades, was anderes hab ich hier nicht mehr. Oh noooon. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich bin dabei mit Conan and the Shoddy. Ne, hier ist noch einer da, McFly. Die Tür war hinter den Zuge... Oh Gott. Oh, das ist der Mond? Nein, bin ich nicht, bin ich nicht. Wir haben die ersten Toten zu verbuchen. So, so. Ich hab einsterben gehört. McFly. Oh Gott. Das ist doch immer warm. Das muss da in Richtung Man-Hack sein. Ja klar. Wo sind die? Kannst du nicht sagen, irgendwo ist der... Oh nein, der Bogen. Oh nein. Kapuze, haut ab ihr beide, Alter. Da will ich nicht sein, ey. Kapuze und Nils. Und wenn die sich gegenseitig nicht abschießen, sind die da einfach rum. Ja, okay. Ja, warte. Ja, warte. Ja, Juli hat, oder? Juli, du hast gesehen, dass danach noch... Ja, Juli oder McFly, ich weiß... Hinter dir! Das war ich, ich bin mit dem Lille Helper reingerannt. Weil ich gesehen wollte, wer es war. Ja, du hast Juli... Also hier ist Nils tot. Das müsste ja Kapuze gewesen sein. Der Kapuze hat Nils erschossen und wurde dann exekutiert. Oh, Mann genau. Das hat nicht so sehr wehgetan. Das hat nicht so sehr wehgetan. Oh, gut. Da liegt, glaube ich, auch noch wer. Ja, das ist... Unter dem... Was ist das? Der Mittelgang. Aber hier ist keinerlei Blut. Moment, bist du da? Ich seh dich nämlich nicht. Oder bist du bei nem anderen? Ne, ich steh hier... Also beim Gang, wenn du hier... Genau, hier steh ich. Deswegen möchte ich die Leiche sehen. Wie gesagt, da ist keinerlei Blut. Das war das, was ich als erstes gehört habe. Ja, war ein Boom-Buddy. Ja, war... Nein. Wer ist hingelaufen? Ich? Achso, du bist Stuntman, okay. Ne, Lille Helper. Ich war gerade... Ich war kurz davor, dich zu erschießen, weil ich mir so dachte... Der Kundra ist Stuntman. Richtig. Und? Warum hast du den nicht confirmed? Weil ich das danach erst bedacht habe, nachdem ich auch... Nachdem er da hingegangen ist, guck ich so... Ich bin Stuntman. Moment, warum überlebt er die Explosion? Aber... Einer ist doch noch der Übeltäter hier. Magst du kontrariert zusammen rum? Da ist doch schon wieder... Das ist schon wieder was faul, Juli. Mach da mal hinne. Ja, ich glaube, du bist Dalu. Ich bin genau hinter dir, Juli. Ja, eben. Ja. Ich glaube, da hinten ist einer. Wenn Dalu so ermittelt, dann ist das gerne... Ermittel dich. Du sollst ja bitte hin. Ich hab nur geschossen als Deteroy. Wo kam jetzt der Fallschon? Als Deteroy. Schon den nur erschossen. Das ist korrekt. Ja. Wo kam der Fallschon gerade? Juli wird... Hä? Bin ich über irgendwas zurückgegangen? Gleich bin ich tot. Aber ich habe auch keinen Schaden genommen. Aber ich habe gerade Fallschaden gehört. Ich kann dich nicht erschießen oder ich es nicht bin. Also ich kann mich schon... Ich muss gerade sagen, du... Ich bin nicht richtig. Die Möglichkeit besteht trotzdem. Und wenn er spricht, er dir gar nicht in der Mitte... Aua! Ah, Dalu, alles klar. Dalu so ist? Also doch. Warte gerade hat reingeworfen und er hat jetzt gut an er erschossen. Was? Was heißt Dalu Schakal? Umfang hat Traitor. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Leiche einfach präpariert. Und dann hat er mir ja auch noch erschossen. Oh, Maxi? Hat gerade noch geredet und er... Juli erschießt ihn. In seine Haxen habe ich gesagt. Alles klar. Juli und... Juli ist es auch. Nein! Hallo! Mach ihn fertig! Juli ist es auch. Wir sind doch in einem Team. Ich bin gleich tot. Ich bin ein anderes Blau wie du. Kurz auszeitlich. Wir sehen uns später. Was hast du? Oh, Gott. Da muss ja die Gehörte nicht fallen. Das war ein super toller Typ. Warum? Das ist Juli. Das ist Juli. Das ist Juli. Das ist Juli. Wenn du Juli als Freund hast, ist das scheißegal. Sie hat auf Dalu geschossen, Maxi. Ja, sie hat mich auch runtergelassen. Ich wollte gerade sagen... Weil Juli einfach nichts gemacht hat. Sie hat auf ihn gesch... Haben wir die falschen Präzien? Ja! Vor allem, ich dachte, er hätte dich getroffen. Weil er schießt mich auf dich mit einer Diegel. Und auf einmal wetterst du gegen Juli. Da dachte ich so, okay, er hat getroffen. Ah, Juli. 2 gegen 1. Juli einfach nur rum hat zugeguckt. Die hat mir die Haltung nicht abknallt. Ja, ich warte. Ich fand das gut, dass die Juli so deeskaliert hat an der Stelle. Du warst da zu gefährlich gehabt, Juli am Baum. Du wolltest die Geschenke schon öffnen. Aber ich würde nicht in die Mitte gehen. Oh, ich würde nicht in die Mitte gehen. Oh, ihr könnt da rufen. Oh! Hätte ich jetzt super machen können. Wird mein Geschenk verbrannt. Oh nein, Juli. Ist ganz schön böse. Brennt ihr alles? Jetzt komme ich da nicht mehr runter. Ich auch nicht. Ich fahr das nicht. Jetzt ist es bei mir. Jetzt blockt mich. Bin ich gleich tot, Maxi, oder? Warst du wirklich Stuntman? Warte, eigentlich bist du voll raus. Ja, ich war wirklich Stuntman. Ah, der erste Shotgun-Schuss hat dir so wenig Schaden gemacht. Alter, im Laden ist eine leiche Kapuze. Hallo. Oh Gott. Welcher erste? Ich muss ja zweimal auf dich schießen, bis du gestorben bist. Echt? Ich hab nur einen Schuss gehört, dann war ich tot. Ich kam um die Ecke. Du warst im Laden mit Kapuze. Eines. Der hat die Fake-Leiche gerade platziert. Der Typ, der genau hinter dir durch die Tür gegangen ist. Also, man kriegt auch die gleiche Konfurge, damit man das sieht. Ja, man könnte aber auch von einem Boombardy ausgehen. Was muss passieren? Aber ist keiner, weil Nils die gelegt hat. Passieren? Dass Kapuze nicht mehr am Anfang gequält ist. Passieren selbst. Wissen die jetzt. Du siehst mich nicht, ich bin unsichtbar. Martin, du kannst nicht mehr richtig hängen, Kapuze. Hier. Du siehst mich nicht. Kann mich mal auch nicht hängen. Wieso ist der denn tot? Hier ist niemand. Hier ist niemand. Hier war im Laden. Wer hat dich umgebracht? Juli, du bist halb live und sagst, Kapuze war im Laden und ist deswegen tot. Wer hat den Wurm? Ich... Hier ist jemand am Lügern. Hat Juli den Wurm gekillt? Nein, natürlich nicht. Ich hab aber Maxi gesehen in der Nähe. Ich dachte, du sagst, du hast aber Maxi gekillt. Also Maxi war auch vom Haus, als Kapuze gestorben ist. Und von der Brandgranate getroffen. Wenn wirklich Kapuze jetzt tot ist und Juli sie erschossen ist, dann ist ja wohl ein... Also dann... Dann... Oh Gott, sorry. Wenn Kapuze erschossen wurde, dann war Juli das. Das ist doch wohl safe. Ich bin mit meiner... Nein, hab ich nicht. Richtig. Hallo? Hier kam wieder ein... Ich hab einen Sniper-Header bekommen. Und der liegt in dem Gang. Nein. Ich hab ihn hierhin platziert. Ich geh also aus... Ich geh davon aus, er wurde von draußen erschossen. Weil er lag ja auch genau im Gang. Nein! Der ist im Laden tot gewesen. Warte... Alter... Bist du mittlerweile wieder Karl oder was tust du da? Es ist lustig, wie er da hängt. Ich bin mir einfach... Ich bin mir einfach sicher, dass die böse ist. Nein! Ich geh fast davon aus, dass er von draußen gesnipet wurde. Ich würde fast auf Maru tippen. Als ob ich den Sniper treffe. Aber... Wie soll das dann von draußen bewegt? Juli, vielleicht solltest du das Geschenk riskieren. Ja, ich glaub. Ihr haltet mich eh alle für. Wir werden es sehen. Ich glaub, Maru ist es. Okay. Ich glaub... Ich glaub... Noch wird's nicht überstrapazieren. Warte noch mal! Los, Juli! So cool, wenn ich dann doch... Ach, du bist doch cool! Also, hier so stehen wir... Vorsicht! Vorsicht! Ja, sehr gut! Jetzt... Boah, wenn der Poltergeist die jetzt killt, dann ist es bitter. Und das wär jetzt... Ein Trader... Hat nur vier Buchstaben. Kapuze ist durch den komischen Tunnel durchgehüpft und liegt jetzt wieder oben dran. Maru, Nils... Kapuze... Deine Choreografie ist her. Kapuze ist schon dauernd. Aha, hier wurde grad der Bärenfalle gelegt. Verdammt, Kapuze. Äh, schärf. So. Schön. Der kleine Nils ist wieder Trader. Ah, Leute, ist er auf Tee. Was macht Kapuze? Kapuze! 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 Hey, nein! Das war so gut! Warum hat das Juli denn wieder voll? Leider hab ich nicht kapuze. Wenn Julis Geschenke knudelt hat. Und weil ich der Bows bin. Kein Traitor ist Nils. Bows? Ey! Nein! Na richtig. Sonst hätte ich dich zur Bärenfalle geführt, damit du den annehmen kannst. Nein, nein. Okay. Oh, Juli ist jetzt sauer auf Katze. Tschüss. Was hast du wieder gemacht, Katze? Ich hab mit Juli Spielzeug gespielt. Ja, kaputt gemacht. Sind wir uns jetzt einig mit Nils? Ich hab's nicht gesehen, aber... Nils, Nils, ist es... Juli! Nils, Nils! 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 Nils ist es! Ey! Ich kann euch beide nicht vertrauen! Einer von euch beiden ist ja wohl eindeutig Tee! Nils, Nils! Sie hat auf mich geschossen, aber sie hat aufgehört! Ja! Ja, weil ich suche Nils! Wie? Aber mit dem du direkt auf alle schießt? Äh, Nils explodiert? Aber woran? Manchmal lieber schneller als zu spät. Nils, 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 Nils! Nils, 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 Nils! Nils, 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 Nils! das war nicht lieb von dir das war nicht zu schätzen deine das war ich habe theorien aufgestellt während du da faxen gemacht hast wenn von draußen gesnipert wurde war es maru es wurde gar nicht gesnipert julie hat jetzt maru beschuldigt von draußen wurde gesagt draußen war nur maru wenn wir jetzt mal drauf hören was du die so ermittelt dann müssen wir jetzt maru erschießen ich dachte es ging um die runde davor ich dachte es ging um die runde davor weil er läuft nämlich die ganze mit der diegel rum die kann töten würdest zweimal geklickt ja weil du gerade noch mal auf die andere diegel gewechselt hast ja mannhex hey da kommen dinge wie heißen die dinge mannhex hast du doch gerade gemacht klack boom klack boom habe ich gerade gemacht klack wer benutzt denn die mannhex gerade im laden könnte das sein rum ich höre sie aber ich sehe sie der ist nicht tot ich den jetzt wiederbelebe campaign in der runde ja das war schon wieder ein sound habt ihr eigentlich schon wieder den Wurm getötet nein dann ist kaput zu trade nein warum lebt der Wurm so lange du lebst mir zu lange kaputze das war's faul irgendwer hätte ich das wäre gestorben oder ja was hat er sich mal ein geschenk gemacht ja ich beobachte das hat immer gegessen hat man geschenkt kaputt gemacht alter hat ein geschenk weggebracht in der ecke wirklich eine geheime neue Geschenkklappe die dadurch nicht gesagt hat die mannhex bauen kann das immer dadurch selbst mannhex gibt es ja nicht so dass es die nicht gibt oder das ist ein Traitor eine Traitorfall und die sind wirklich unter oder über der Decke also dass ich noch frei ne ich hab Angst da runter zu gehen eben hab ich falsche angenommen als ich nur unten gegangen na ich schau an die 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 ja stimmt die haben auch die ganzen Türen oben immer so Lücken für die manhacks ne was alter achso du meinst die muss man auslösen die müssen bestimmt noch frei gelassen also die sind hinter irgendeiner Wand und dann kann man die da ok ja das denke ich aber das hätte ich war war ich schon daran erzählt es gibt eine Traitorhand tatsächlich ja aber das müsste ein Raum sein den du auf uns zu machen kannst hier da gibts ne Traitorhand hier also das denn den kleinen Degel oder was ja also da gibts ne Traitorhand also da gibts ne Traitorhand JAKAL also bitte vorher den JAKAL töten damit er JAKAL wird ganz genau damit kann er JAKAL werden genau damit ich JAKAL werde Müsst du jetzt zum Zeitkick werden Nils ja das ist gut super na Maxi Maxi sässs wir haben ja nicht durchgehend oder was das brennt schon wieder was denn dass du zu Zeitkick wärst was war Maro was war Maro die Man-Hacks sind glaub ich frei jetzt was das war wirklich so die Man-Hacks sind frei die Man-Hacks sind frei es war gut die Man-Hacks sind frei Maro ist reingelassen kommt hier rein Juli pass auf Man-Hacks hinter die Man- die machen dich fertig Juli machen sie mich fertig weil sie Juli fertig gemacht hab Nils ich bin ein guter da liegt er ja ok Juli wurde geman-hackt arme Juli und da eh Dalu was war das grade du Schmuggle warte wärst du Dalu ist nix na ja warum ist Nils wo war Nils jetzt Nils ist direkt umgekippt wie ja nein ja Maxi er war doof ich hatte gedacht du hast gesehen dass Juli erschossen wurde und nicht durch die Man-Hacks gekehlt wurde guten Tag Leute eine schöne Runde TNTs von weinen weiß euch gleich gleich ich habe meinen Verweis alles gut tschau tschüss 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 tschüss